So, hallo und willkommen in diesem Workshop der 16. Sprachwissenschaftlichen Tagung für Promotionsstudierenden. Jetzt kommt dieses Workshop, das Diskursschulen-Kontraktiv-Grundzüge-Methoden-Perspektiven heißt. Und ich werde die erste PowerPoint-Präsentation machen, nämlich die Einleitung. Also, was ist Diskurs und wie kann man sprachwissenschaftlich Diskurs analysieren? Jetzt noch besser. Hier haben wir die zwei Fragen eigentlich, die uns heute für diesen Workshop interessieren. In diesem Sinne bin ich Madju Bach und bin im vierten Promotionsjahr an der Universität Bogenfranche. Ich freue mich sehr, die Einleitung des Workshops machen zu dürfen. Es ist also sinnvoll, lieber zu erinnern und sich an den Grundwerk von Gott zu erinnern, wenn man zum Thema Diskurs reden möchte. Ganz allgemein ist Diskurs eine konzeptuelle Struktur, die mehr an Individuen einer Gruppe zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort verbindet. Diskurs entsteht aus der sozialen Praxis in einer Gemeinschaft als Summe wiederkehrender Motive. Michel Foucault versteht eigentlich Diskurs als eine dreidimensionale Struktur. Das heißt mit einer linguistischen Dimension, also mit spezifischen Wörtern, Kollokationen, Sprechwörter und so weiter. Mit einer sozialen Dimension, das heißt mit sozialen Rollen, einer sozialen Architektur und mit einer epistemischen Dimension. Das heißt mit spezifischen, prozeduralen Wissensegmenten, mit Geknisse und Know-how. Ja, also einen Diskurs gibt es nicht. Es sind so viele Diskurse, als es zu ökonomischen Bereichen gibt. Man spricht also vom Weindiskurs, vom Finanzdiskurs, vom Medizindiskurs und so weiter und so fort. Diskurs ist also eine Übergangsstruktur und verbindet ein Individuum mit seiner Gesellschaft und mit seiner Kultur und ein einziger Text mit der diakonischen Entwicklung einer Textsorte. Das ist also Diskurs. Es muss aber schon jetzt gesagt werden, dass der Begriff Diskurs zu diesem Zeitpunkt für eine linguistische Arbeit inadäquat ist. Also die Arbeit von Foucault war keine linguistische Arbeit. Das hat schon Nier in seiner 2014er Monographie gezeigt. In der deutschen Sprachwissenschaft wurde der Begriff richtig mit der Dissertation von Dietrich Busse historischer Semantik rezipiert und wird sich nach dem Aufsatz von Dietrich Busse und Daubert 1994 verbreitet. Von dieser theoretischen Grundlage ausgehend wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt, die die sozialen und epistemischen Dimensionen des Begriffes vertieft haben. Zum Beispiel Martin Wengeler 2003 hat sich mit Doppel- und argumentativen Routinen beschäftigt. Simon Varga 2019 hat diese Erangehensweise mit der Framesemantik weitergebracht. Unter anderem Spies 2011 und Römer 2017 haben diese linguistische Diskursanalyse weiter bearbeitet und amperig getestet. Im Großen und Ganzen merkt man aber, dass Diskursstudier sich eher mit politischen Diskursen beschäftigt haben und sich noch heute damit beschäftigen. In Frankreich hat der Begriff Diskurs einem relativ ähnlichen weggefolgt, aber die Idee, einen Diskurs mit Texten zu untersuchen, hat französische Linguistinnen und Linguisten dazu gebracht, textometrische, also quasi statistische Lexikografische Analyse Werkzeuge zu erstellen, wie zum Beispiel mit der Software DXM. In jüngerer Zeit hat der Linguist Julian Longhi in seiner Dissertation, in seiner Habitationsschrift und in einem Burr eine pragmasemantische, korpusbasierte Erangehensweise entwickelt, die wirklich in die Richtung der deutschsprachigen Diskursschule geht. Also der Hauptunterschied zwischen der französischen und der germanistischen Diskursanalyse liegt im sozialen Endziel der Analyse. Französische Forscher sehen in der Diskursanalyse die Möglichkeit, in der Politik tätig zu sein, also in der Gesellschaft tätig zu sein. Das heißt, die Diskursanalyse trägt per se, also als sich, eine gesellschaftliche Last. Ja, kommt mal hin. Jetzt, wieder in Deutschland zurück, muss man die einflussreiche Düsseldorfschule nennen, also mit Vorgestern Georg Stetzel, Gestern Dietrich Busse und heutzutage Alexander Ziem, die von einer kulturhistorischen zu einer kognitiven Diskursschule geworden ist. Also zentral bei Busse und Ziem ist der Begriff des Wissensrahmen bzw. des Frame. Und ein Frame ist eine aus Begriffen zusammengesetzte Bedeutungsstruktur, die sich um ein Kernelement herum entfaltet. Also der Hauptbegriff ist der Kernelement. Die damit verbundenen Konzepte nennt man Frame-Elements, die selbst auch Frames sind. Zusammen bilden sie eine stabile Struktur, die das individuelle Verständnis ermöglicht. Ohne Frames können sich Individuen nicht verstehen. Frame-Elements können sprachlich als Standardwerte, also als prototypische Werte, oder als konkrete Werte realisiert werden. Der Bedeutungsunterschied zwischen beiden Werten ist diskursiv verankert, so Ziem 2005. Nach diesen inspirierenden Arbeiten und insbesondere nach dem Werk von Busse und Ziem entwickelte ich eine sogenannte kognitive Diskursanalyse mit der Grund die Idee, dass die Kognition nach verschiedenen linguistischen, psychologischen und neurowissenschaftlichen Werken ein multidimensionales Netzwerk mit zumindest einer taxonomischen Architektur ist. Indem man zwei Hauptnetzwerke identifizieren könnte, nämlich ein Framenet, also ein Netzwerk von Frames, wobei wie gesagt Frames konzeptuelle Strukturen sind, die aus sozialen und epistemischen Wissensegmente zusammengestellt sind, und ein Konstruktikon, das heißt ein Netzwerk von Konstruktionen, wobei eine Konstruktion auch eine konzeptuelle Struktur ist, die mit epistemischen und linguistischen Wissensegmente strukturiert ist. Der Übergang zwischen einem Frame und einer Konstruktion folgt mit der Anpassung von geteilten semantischen Argumenten, also semantische Argumenten wurden von Peter van Polen 2008 theorisiert. Also mit einem solchen Modell, glaube ich, kann man durch die drei erwähnten Dimensionen, also linguistischen, sozialen und epistemischen Dimensionen, einen Diskurs untersuchen. Als Beispiel dieser kognitiven Wende und diesem kognitiven Modell kann man die folgende Werbung beschreiben, die Werbung für ein Bier aus dem Zillertal Tirol in Österreich. Eher sieht man, dass ein paar Elemente beziehen sich auf fahrliche Elemente wie dem Schaum, auf erfahrungsbasierten Wissensegmente wie dem Wasser und so weiter. Das wären also Frames-Elemente für das Frame Bier. Es gibt auch Konstruktionen, wie zum Beispiel die addiktive und sensorische Komponente Konstruktion, wie edelgeheift, voll im Geschmack und ausgezeichnet Zutaten. Man kann eben sagen, dass diese Konstruktionen Teil einer größeren textuellen Konstruktion, die selbst spezifische Frames aktiviert. Gut. Also die Konstruktionen selbst rufen auch diskursive Komponente in Frames auf. Jetzt komme ich zu den Beiträgen dieses Workshops, weil in diesem sehr komplexen, sehr reichen, sehr vielfältigen Zusammenhang haben unsere drei Referenten drei interessante Herangehensweise gewählt. Und bevor wir mehr von ihren tollen, tollen Ideen hören, freut es mich ganz besonders vorstellen zu dürfen. Also der erste Beitrag ist von Vince Lejoire. Vince promoviert seit September 2019 an der Universität Burgen-Franche-Comté bei Prof. Laurent Gauthier und an der Einreich-Heine-Universität Düsseldorf bei Prof. Schafroth und forscht im Bereich Diskurssemantik mit einem Fokus zur Wissenschaftskommunikation. Heute halte Vince einen Vortrag über die Diskursschule von Chor und Österreicher vor. Also beide Forscher, Chor und Österreicher, sind insbesondere aber nicht nur in der Romanistik berühmt. Und sie sind insbesondere für ihr Ne-Distanz-Modell berühmt. Und es gibt hier das Modell des Ne-Distanz-Modells. Die dahinterliegende Idee des Kontinuums von Chor und Österreicher ist, dass man die sprachliche Produktion mit einem Kontinuum zwischen dem konzeptualen Ne-Pol und dem Distanz-Pol nachvollziehen kann. In letzter Zeit wurde das Modell eigentlich intensiv verwendet, um die digitale Sprachproduktion zu kategorisieren und analysieren. Hier habe ich zwei sehr sehr interessante Fragen. Beispielsweise ist eine WhatsApp-Nachricht konzeptuell schriftlich oder mündlich? Und was machen wir mit Emojis? Das sind sehr sehr interessante Fragen wirklich für die sogenannte digitale Sprache. Winst wird zeigen, wie das Modell eine historische Linguistik integrieren kann, insbesondere eine historische Soziolinguistik integrieren kann und wie die Diskursteorie weiterentwickelt werden muss, um konsistent zu sein. Gut. Dann kommt Waldemar Taserhoff, der ist ein neues Kollege von mir und hat als Doktorand an der Universität von Franche-Ponté bei Laurent Gauthier vor ein paar Tagen angefangen. Sein Vortrag handelt sich um die Kontinuität zwischen Textlinguistik und Diskurslinguistik. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, diese epistemologische Entwicklung in der germanistischen Diskurslinguistik ins Licht zu bringen. Nach der Identifizierung wiederkehrenden textuellen Merkmale auf der Interaktionsebene oder der Textebene kann man eigentlich bis zur Wissenstrukturierung, bis auf die Wissenstrukturierung Ebene gehen und damit auch die Diskursebene. Wie Janina Wildfeier im Hamburger Diskurs, also das Buch hier, schon gezeigt hat und plädiert hat, geht Waldemar, wie ich selbst auch, davon aus, dass ein textlinguistischer Ansatz ein sehr relevanter, vielleicht auch der einzige Anfang ist, wenn man einen Diskurs untersuchen möchte und einen Diskurs darstellen möchte. Das Ganze muss aber weiter theoretisch und methodologisch adaptiert werden. Und, last but not least, Alexander Willich. Er promoviert an der Heinrich-Hein-Universität am Lehrstuhl von Prof. Alexander Ziehn und ist gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er interessiert sich in Frames und Konstruktionen und entwickelt eine Konstruktion-Semantik. Heute referiert Alexander Willich aber zum Thema Fahrsprache bzw. Fahrdiskurs und möchte den Diskursbegriff zur Fahrkommunikation anpassen. Ausgehend vom Diskursbegriff von Busse und Teubert soll der Vertrag von Alexander der Frage nachgehen, welche Kriterien eine Fahrkommunikation, die Verständigung innerhalb eines Fahrs zu einem Diskurs, werden lassen. Ja, genau. Und jetzt sind wir mit der Einleitung fertig. Und ich frage mich auf WINS-Verertrag.